Hallo zurück, obernördige Fans. Wie ich höre, habt ihr die Twittersphäre gesprengt wegen meines genialen neuen Films. The Lego Batman Movie. Er ist ein bisschen so wie der ursprüngliche Lego Movie, aber um Welten besser. In diesem Film dreht sich nämlich alles um mich. Na jedenfalls, wenn man so super ist, wie ich es bin, kriegt man nicht nur einen Trailer. Man kriegt zwei Trailer in einer Woche. Zieht euch das rein. Hey Mom, hey Dad. Ich, ähm, ich hab heute wieder die Stadt gerettet. Ich glaub, ihr wärt echt stolz gewesen. Da sind sie ja! Alfred, oh Gott, es tut mir so leid. Ich hab unglaubliche Reflexe. Ich hätte mich nicht so an sie heranschleichen dürfen. Haben sie sich wieder die alten Familienfotos angesehen? Nein, hab ich nicht. Sir, ich hab solche Fasen schon bei Ihnen erlebt. 2016 und 2012 und 2008 und 2005 und 1997 und 1995 und 90 und 1989 und diese ganz komische Phase 1966. Ich hab mich fantastisch gehalten. Möchten Sie gern über Ihren Gefühlszustand reden? Nein, das will ich garantiert nicht tun. Sir? Nein! Sir? Nein, 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 nein. Mann, hoffentlich habe ich das aufgenommen. Nein, Alfred, was habe ich gesagt? IAA. Immer alles aufnehmen.